Die Dinner Party war ein hervorragendes Programm, denn ich liebe alle Sinne irgendwie zu stimulieren. Wir hatten ein wundervolles Essen, wir hatten wunderbare Getränke, tolle Gäste und das größte Geschlechtsorgan des Menschen ist ja das Hören. Und das hat auch großartig mitgearbeitet und dann so viele wundervolle Tipps zu kriegen von so unfassbar unterschiedlichen Menschen, ist selbst für mich als Expertin was Neues und sehr anregend.